Guess Who? Clarence Parguy, Philipp Wetzel. Ich fordere raus zum Guess Who. Mal schauen, wie du schläfst. Hallo zusammen, mein Name ist Philipp Wetzel, Bestürmer vom EHC Bio. Clarence, danke für deine Herausforderung. Ich habe gehört, es wäre nicht so schwierig, dir zu schlagen. Uh, Lapier. Uh, Subban. Fischer. Lampier. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiss es nicht. Das ist der Blindenbacher. Der Amoris Drachsel. Das ist krass im Vortrag. Was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Eh, dit is diebom, oh nee. Guess who?